Ladies and Gentlemen Willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy 10 H.D. Remaster in der letzten Folge haben wir Yuna gerettet aber es gibt noch ein bisschen was abzuschnecken und zwar gibt es sie hier war das in Schien hier gibt es andere nichts mehr abzuschnecken ja perfekt wie immer top informiert was war das hier ja ok hier war das ok wir waren nur zurück hier kann man reingehen und dann sind hier noch zwei Ton mit einmal einem Magie Serien und einem HP Serien haben oder nicht haben ich würde ganz ehrlich sagen haben können wir mal schauen wollen wir das bei wem benutzen und so weiter aber jetzt ist es als Zeit zurück zum Stadion zu laufen wir haben noch Besuch bei Waka um gratulieren dann speichern wir nochmal hier und dann auf geht's Captain Walker du hast dich super geschlagen jetzt sind wir dran ins Finale ja gut du hast dich gut das Spiel beginnt in ein paar Minuten du hast dich gut du hast dich gut wir spielen die Gores auch ja super Frau Yuna. How can you let some out-bed kidnap you? Hey, let it go, alright? Don't go near out-bed anymore, okay? They're trouble. Meine Damen und Herren, macht euch bereit für die größte Glattrasur ever. Moment, Moment, Moment. Wo war's? Ehm... Den einen? Okay, man kann doch nicht schreien. Dann einfach meinen. Dann geht es erstmal ab zum Blitzballtronier. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt super, das jetzt genau zu sagen. Ja, das ist jetzt super, das jetzt genau zu sagen. Wenn wir hier sind, dann können wir auch mal gewinnen. Ja! A... A minderbench. I'm warming a bench. He's taken my place. Sehr ehrenhaft. Alright boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's plant. Alles klar. Ah... I saw you floating there, on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. You really, gave it your all, didn't you? Oh man, ich hasse Blitzballen. Auf unsere Kindheitskräume, Kapitäne besteht Rooks, Rooker. Er ist also wirklich hier. Beeindruckend. Eine Begegnung der Giganten. Die Besale Aurochs gegen die Luka Gores. Er lacht und nur die Wäschchen an die Pesace-Skopfen. Was für Dreckzäcke. Okay, kommen wir zum Blitzball. Ich hasse es. Mal schauen, ob sie das irgendwie verbessert haben. Bis Werv vorstoßen. Mach mal einen Pass. Okay, klägt schon super an. Jetzt kommt schon. Oh nein, das wird ein Torschuss. Sehr schön. Super Keeper. Keeper Kappa. Okay, Tidus hat den Ball. Jetzt komm schon. Hau raus. Torschuss. Das wird in die Hose gehen. Alter, wir sind jetzt mal bei 1,35. Also 1 Runde geht 5 Minuten und wir müssen 2 Runden machen. Also das Prinzip sollte eigentlich schon verständlich sein. Man muss halt passen und so weiter und einfach dann, wenn die Gelegenheit gut ist, zum Torschießen. Ja, pass mal zu Tidus. Der ist frei. Hey, ich schätze Jesus. Das Spiel Ich weiß nicht, irgendwie ist das komplett scheiße gemacht, finde ich Jetzt komm Boah, leg mich am Arsch Irgendwie kommt mir das verdammt komisch vor Oh, wir haben den Ball Dribbeln Komm, stoß vor Natürlich Natürlich Ich glaube, ich holo gleich echt nur noch rum und versuche, wenn wir den Ball haben und sowas kommt, in der Nähe vom Tor sind ein Torschuss Mehr Gut 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 Oh ja, merkt ihr diese wundervolle Spannung Jetzt komm schon Hau das Ei rein Das tut mir auch nicht weh, dass ich so einen Haufen schreiße Und Super, wir haben den Ball Ja, mit dem Sollen wir Komm Komm YOLO Halbzeit Ja, natürlich Ich bin super, die haben nichts gemacht Ja, natürlich Ich bin super, die haben nichts gemacht Ich bin super, die haben Ach komm. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Ja, recht so. Mach einfach voran. Ich will die Scheiße hinter mich kriegen. Ne, Blitzfall mag ich das überhaupt nicht. Jetzt komm Letty. 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 Pass mal zu Tidos. Dort passt du schon. Verstehst du? Passen? Passt. Und wir haben ihn. Jetzt schwimm dich frei und jetzt sack das Ei rein. Ja, schwimm doch gleich noch rein. Und go go gib ihm. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Also es ist möglich zu zunächst zu gewinnen. Aber so wie das nun dann auszieht. So wie das auch sieht, dann gewinnt man da keiner. Es wird Zeit für eine weitere Runde. You lose shit out of it. Das ist einfach nur Scheiße. Nein. Das ist... Ich finde da ist überhaupt nichts mit Taktik hinter. Das ist einfach nur... Au Giii. Das war's. Wenn du noch... Wenn du noch mal genauer hättest, ob der passt, trifft er da nicht und das war's. Jetzt komm schon zurück, das Ding. Da wird ein Pass und er geht natürlich durch, ne? Wenn er jetzt... Wenn er reingeht, schreie ich. Das war das Schlechteste, was ich je gesehen habe, ne? Das ist einfach das aller Schlechteste, was ich je gesehen habe. Alles klar, gern dir. Nicht vollstoßen. Was? Mach mal. Ich... Ja, das haben wir verloren. Sehr schön. Oh. Oh, die sind alle in Marokka. Oh, die sind alle in Marokka? Und wir machen das einzig richtige. Nein, wir haben doch nicht aufgegeben. Doch, das ist nicht irgendetwas Spiel. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Kirche läuft wild. Oh, es ist Waka. Er ist zurück auf der Feld und bereit zu gehen. Die Aurochs sind glücklich, dass ihn zurückkommen. Okay, es wird Zeit für die letzten paar Minuten. Ich glaube gar nicht, dass ich das hier noch reißen werde. Du musst das gerne vergessen. Komm, Waka. Ja, erkennt ihr. Und er flägt ihn natürlich. Entschuldigung. Ich lasse jetzt eigentlich nur noch auslaufen. Weil ich noch eine Chance habe aus dem Torschuss. Aber... Oh, wir haben den Ball. Und... Na... Rein das Ei. Es ist einfach so lächerlich. Ich habe es ja nur noch einmal erlebt, wie ein Freund von mir das geschafft hat, das zu gewinnen. Und er hat ungelungen dieses Turnier. 19 mal Resettet. Nur damit er das schafft. Äh... Doch am Vorstoßen. So Schuss. Easy. Die... Ja... Kann man nichts machen. Das ist natürlich gebalanced. Nur noch 16 Sekunden. Und wir sind frei. Und... Vorbei. Vorbei. Nein. Kein... Motherfucking Blitzball mehr in diesem Turnier. Ah, das tut so gut. Ja, ja. Ja, jetzt hau ab. Ich will es nicht versehen. Boah. Ah... Bis hierher schweichern. Ja, ja. Ich will das nicht mehr sehen. Boah. Und damit... würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.